Wie ist die Aerosole ausgeschieden? Wir wissen seit Jahren, dass wenn man laut spricht oder auch brüllt, dass dann vermehrt Aerosole ausgeschieden werden. Aber wir können es immer noch nicht genau messen, wie viele Viren tatsächlich auf diesen Aerosolen sind. Am Anfang der Pandemie im März gab es dann auch etwas reißerisch aufgemachte Presseberichte, die von Singen ist tödlich gesprochen haben. Das kann man sicher so nicht sagen. Wie stark Singen wirklich ansteckend ist, wissen wir gar nicht. Aber wir müssen ja vom Schlechteren ausgehen. Wir sagen ja immer, wir müssen jetzt immer denken, es könnte ja so sein. Und deswegen muss man dieses Risiko benennen. Aber auch, und das haben wir in unserer Risikoeinschätzung ja sehr detailliert gemacht, benennen, was das Risiko minimieren könnte. Also, deswegen ist der Abstand so wichtig, auch beim Singen und Sprechen. Deswegen ist es wichtig, wie lange halte ich mich mit wie vielen Leuten in einem Raum auf, der wie gelüftet wird. Wenn wir einen sehr positiven, also konservativen Grenzwert von 800 Parts per Million für die CO2-Konzentration anlegen, also eine gute Luftqualität, haben wir eine gute Chance, dass wir die Aerosolansteckung zumindest sehr stark reduzieren können. Was wir im Expertenrat natürlich auch diskutieren, und da müssen wir ganz, ganz veritabel bleiben als Wissenschaftler, die Zusammenhänge sind nicht klar. Wir haben keine klaren Ergebnisse zur Verbreitung von virusbeladenen Aerosolen. Das Gleiche gilt für die ganzen Luftreiniger. Also, wir tappen letztendlich im Dunkeln, muss man sagen, immer noch etwas. Aber wir haben jetzt trotzdem mit dem 2A2 einen pragmatischen Indikator, der uns eine gewisse Sicherheit gibt. Das heißt, nicht nur wild, irgendwann lüftet man halt mal. Wir wissen eben auch, dass bestimmte Anlagen, wie sie eben in Konzertsälen auch vorzufinden sind, natürlich ein guter Schub sind. Denn sie haben Luftwechselraten, also sie tauschen die Luft wirklich aus in einem Raum von sechs Mal pro Stunde etwa. Das ist eben ein guter Kennwert. Nicht zu verwechseln. Die Raumluftqualität bewahrt uns nicht, da vor Abstand zu halten. Der Oberbegriff Blasinstrumente zweigt sich natürlich differenziert auf aus Sicht der Musikermedizin. Und hier müssen wir auch daran denken, dass natürlich je nach Griff, Loch, Besetzung, Abdecken mit den Fingern beim Spielen auch Luft aus den Löchern des Instruments entweichen kann, nicht nur aus dem Schaltrichter. Sogar die Querflöte, die ja eine Abstrahlung am Mundstück produziert und auch ein bisschen die Blockflöte am Labium, zeigen natürlich ein bisschen andere Luftströmungen. Aber wir können aufgrund der Messungen, die jetzt im Augenblick eigentlich deutlich sind, bei zwei Metern sicher sein und auch zur Seite bei 1,50, dass wir hier keine direkten Luftströmungen, also tragen, weitertragen von den schweren Tröpfchen und hier durch Anstückung. Wenn wir jetzt ins Freiburger Münster gehen und dort eine sogenannte Kathedralsituation erzeugen, können dort auch Chöre mit 80 Menschen mit Abstand singen. Die Frage ist, ob das musikalisch immer dann sinnvoll ist, wenn so viele Menschen auf Abstand platziert werden. Aber wenn die Grundfläche und gleichzeitig die Raumhöhe und damit natürlich auch das Raumvolumen ausreichend sind, dann ist die absolute Anzahl nicht der Indikator, sondern es ist immer pro Volumen zu rechnen. Jetzt sind natürlich manche Kirchenchöre oder auch manche Laienchöre im Amateurmusikbereich in kleinen Räumen. Die sind eher im Kellerraum, wo vielleicht die Deckenhöhe nicht so hoch ist. Und deswegen haben wir ja auch diese Beratungsstelle von der Landesregierung einberichtet bekommen, die für den Amateurmusikbereich genau diese Fragen differenziert sich anschaut. Das ist wirklich immer ein Einzelfall und nicht generell zu sehen. Wir stellen uns schon darauf ein, dass wir noch eine längere Zeit mit der Frage der Corona-Pandemie zu tun haben werden. Insofern werden für uns jetzt auch gemeinsam mit dem Sport, wir sind hier sehr für einen Schulterschluss, auch in der Region, nämlich auch Konzepte wie das Testen, das präventive Testen wichtig. Das soll nur kurz erwähnt sein. Hier wird sich in den nächsten Wochen und Monaten sicher einiges tun, denn es trennt sich gerade etwas die Testkapazität bei symptomatischen Patienten natürlich, die wir als Angehörige der Uniklinik sehr, sehr wichtig finden. Aber wir müssen auch daran denken, dass es andere Testkonzepte gilt zu entwickeln für den gesamten Kulturbereich. Kulturbereich. Untertitelung des ZDF, 2020